Herzlich Willkommen bei einem neuen Video hier bei uns bei e-roller.com. Unsere Homepage ist mittlerweile die größte Plattform im deutschsprachigen Raum in Bezug auf E-Scooter, Elektroroller und allem was dazugehört. Wir stellen neue Modelle vor, veranstalten Preisaktionen und Testfahrten. Beispielsweise mit dem neuen SoFlo SO12. Den hatte ich jetzt einige Tage hier stehen und habe ihn ausgiebig auf Herz und Nieren getestet. Wenn auch ihr dieses Modell haben wollt, dann geht jetzt unten in die Videobeschreibung oder oben auf e-roller.com, denn wir haben aktuell eine exklusive Preisaktion dazu. Also wenn ihr euch sowieso schon sicher seid, schlagt zu, ansonsten könnt ihr euch natürlich auch erstmal meinen Test dazu angucken. Dieser folgt jetzt doch wie immer erst einmal die Themen des heutigen Videos. Klassisch unserer Testfahrt-Videos erwartet euch hier zum einen ein Unboxing, gefolgt von den technischen Details des SoFlo SO1 Pro inklusive auch der App-Unterstützung. Anschließend teste ich den Scooter auf einer Probefahrt auf Herz und Nieren. Hier geht es um Fahr- und Kurvenverhalten, Reichweiten, Steigungen, Tragkraft, ihr kennt das ja. Zu guter Letzt gibt es natürlich noch ein Fazit und, wenn als gut empfunden, der Kauftipp. Der SoFlo SO1 Pro, was ein geiler Name, wird euch in einem solchen Karton nach Hause geliefert. In diesem Karton befindet sich wiederum dieser Karton und in diesem Karton befindet sich dieser Karton sowie das Schmuckes Stück selbst. Um den Scooter kümmern wir uns gleich. Erst einmal werfen wir einen Blick in den kleineren Karton. In diesem finden wir zum einen die allgemeine Betriebserlaubnis, diese braucht ihr, wenn ihr den Scooter dann gesetzesgerecht anmelden wollt. Des Weiteren findet ihr dort ein Umschlag, das Werkzeug und die Schrauben für den Scooter sowie noch ein Karton. In dem Umschlag findet ihr die Bedienungsanleitung und im letzten Karton unserer Madroschka-Puppensituation findet ihr das Ladegerät für den Scooter. Damit lässt sich die 48 Volt LG Lithium-Batterie in 3-4 Stunden maximaler Ladezeit aufladen. Doch natürlich muss der Scooter für solche Action erstmal stehen. Glücklicherweise ist er mit wenigen Handgriffen aufgebaut und direkt fahrbereit. Wow, stopp, stopp! Natürlich kommt gleich die Testfahrt, aber erst einmal wollen wir noch einen Blick auf die besonderen Spezifikationen und Einzelteile werfen. Dazu gehört unter anderem das Tacho-Display des Scooters. Nicht nur sieht das Ding ganz schön aus, so im Lenker, sondern bietet es auch mit seinem TFT-Farbdisplay immer gute Sicht. Also selbst bei Dunkelheit oder sehr schlechtem Wetter solltet ihr eigentlich immer erkennen können, was dort gerade vor sich geht. Und dazu kommt noch sehr cool ein eigenes Navigationssystem samt Routenplaner. Also selbst wenn ihr euer Smartphone nicht dabei habt, was dennoch aufgrund der SoFlo App eigentlich immer zu empfehlen ist, könnt ihr so dennoch immer auf jeden Fall euer Ziel finden, auch wenn ihr einen genauso schlechten Orientierungssinn habt wie ich. Und wenn wir sowieso schon an der guten Technik vorne am Griff sind, ist natürlich das Licht nicht zu unterschätzen. Immerhin überzeugt der SoFlo S01 hier mit 60 Lux Leuchtkraft und das auch noch mit einem Frontlicht, das schön vorne im Lenker verbaut ist und nicht so ein Stück hervorragt. Wie man es ja von manch günstigeren Modellen kennt, wo es dann auch schnell mal dazu übergeht, dass das Ding beim schnellen Fahren klappert. Das passiert ja auf jeden Fall nicht und neben dem Licht gibt es natürlich noch zwei Blinker vorne am Lenker. Und ja, was soll man dazu groß sagen, außer das Blinker auf jeden Fall immer cool sind am Scooter. Also ich kann ja wirklich nicht der Einzige sein, der kein großer Freund von diesem Move hier ist, nur weil man mal um die Kurve fahren möchte. Und gerade sowieso, was die Sicherheit angeht, nicht nur bleiben beide Hände am Lenker, auch bei Stürmen oder auch hier wieder bei Dunkelheit ist man so auf jeden Fall deutlich sichtbarer. Gerade wenn man um die Kurve auf oder um möglichen Gegenverkehr zufährt. Ergab der Satz Sinn? Bestimmt, ja. Vielmehr Sinn ergibt dabei auf jeden Fall das Bremssystem. Denn klar, hier hat man zum einen, wie bei den allermeisten qualitativen Modellen, vorne eine Trommelbremse und hinten eine elektrische Bremse. Aber hier aktiviert man beide Bremsen über denselben Griff. Könnte auf jeden Fall anfangs etwas ungewohnt wirken, wenn man noch von einem Modell kommt, wo man auf beiden Seiten die einzelnen Bremsen hatte. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir das so viel, viel, viel besser gefällt, indem ich einfach beide Bremsen mit derselben Hand aktiviere. Was ich mit dieser Hand auch machen kann, ist den E-Scooter ganz einfach einklappen. Denn der SoFlo SO1 Pro verfügt über einen sehr, sehr einfachen Klappmechanismus. Hier muss ich eure Illusion mal kurz brechen. Ich stehe hier vor dem Queen Screen, hier ist echt nicht viel Platz irgendwas zu tun, geschweige denn die Kamera ordentlich auf den E-Scooter zu richten. Deshalb werden wir das natürlich gleich lieber auf der Straße machen. Aber das mit der einen Hand war auf jeden Fall nicht gelogen. Denn der SoFlo SO1 Pro wiegt nur 15,5 Kilo und ist damit deutlich leichter als viele anderen Konsorten in dieser Größe. Und ja, keine Sorge, wir gehen gleich auf Testfahrt. Aber last but not least möchte ich euch noch die Reflect Tires vorstellen. Nicht nur sehen diese echt cool aus, sondern fügen auch diese wirklich nochmal eine weitere Sicherheitsebene bei der Fahrt mit diesem Modell hinzu. Also selbst ich, jemand der maximal tollpatschig ist, hat es nicht mal geschafft auf der langen Fahrt für den Reichweiten-Test mit dem Modell einen Unfall zu bauen. Und das muss schon was heißen. Aber ja, genug geredet. Lasst uns endlich losfahren und zwar diesmal glücklich. Falls ihr euch einen SoFlo Scooter zulegt, kann ich euch nur empfehlen, euch auch die dafür zugehörige App zu installieren. Auf dieser könnt ihr nicht nur eure aktuellen Fahrstats sehen, sondern auch vergangene Fahrten nachstöbern oder euren Scooter sperren lassen. Ich meine, ein Schloss ist natürlich trotzdem zu empfehlen. Immerhin kann der Scooter einfach weggetragen werden. Aber so könnt ihr ihn zusätzlich noch digital abschließen. Auch kompatibel ist der One Pro dabei mit der Find My App von Apple. Also falls ihr ein Apple-Gerät habt, könnt ihr euren Scooter so auch immer wieder finden. Wie auch immer man einen E-Scooter verlegt, aber das ist eine andere Geschichte. Natürlich könnt ihr die aktuellen Attribute eurer Fahrt auch auf dem am Lenker befindlichen LCD-Bildschirm nachverfolgen. Dort seht ihr beispielsweise auch, wenn ihr hier links das Licht aktiviert, welches mit 60 Lux durchaus sehr hell leuchtet. Sowohl vorne als auch hinten. Selbes gilt auch für die Blinker, die man direkt nebenan aktivieren kann. Blinker sowieso immer sehr cool an einem Scooter. Außerdem gibt es hier noch diese Hupe, die durchaus nicht zu überhören ist. Aber genug der Spirenzien. Die Hauptaufgabe eines E-Scooters ist es ja natürlich zu fahren. Von daher lasst uns endlich mal aufsteigen und losdüsen. Hier kann ich direkt verlauten lassen, dass sich das Fahrgefühl auf dem SoFlo SO1 Pro wirklich, wirklich gut anfühlt. Mittlerweile stand ich ja schon auf so einigen Modellen, von denen der One Pro auf jeden Fall positiv hervorgestochen ist. Selbst wenn man plötzlich eine willkürliche Anzahl an kleinen orangenen Hütchen umfahren muss. Ein Szenario, das wie wir alle wissen ständig auf der Straße passiert, fühlt sich der Scooter immer noch super an und lässt sich wie Butter um die Kurven fahren. Wann auch immer man mit Butter um die Kurven fährt. Also hier spielt es auch keine Rolle, ob Straße, Wiese oder Pflasterstein. Ich hatte auf keinem Untergrund ein Problem, den Scooter zu fahren. Trotz seiner kurzen Ladezeit glänzt der One Pro mit seiner maximalen Reichweite von 65 Kilometern plus eine Tragkraft von 120 Kilogramm. Also damit lässt sich echt so einiges anstellen. Und dank seines SoFlo Infinity Torque UltraGear 48 Volt Motors konnte ich selbst auf langen Aufwärtsstrecken die Höchstgeschwindigkeit des Scooters erreichen. 500 Watt Motorleistung glitzschnell auf der ebenfalls gesetzlich maximalen Höchstgeschwindigkeit von 22 kmh. Jedoch bietet der Motor eine Peakleistung von 1200 Watt, welches einem erlaubt auf Steigungen bis zu 30% problemlos nach oben zu fahren. So und wenn mal wieder jemand an der Uhr gedreht hat und es wieder so spät ist, lässt sich der One Pro natürlich ebenso einfach einklappen und ist mit 15,5 Kilogramm auf jeden Fall noch easy tragbar. Also gut, was gibt es schlussendlich denn noch zu sagen? Ich bin von vorne bis hinten auf jeden Fall absolut zufrieden mit diesem Modell. Es gehört definitiv zu den besten Modellen, auf denen ich je gestanden habe. Und wenn ihr nicht gerade nach einer super speziellen Spezifikation sucht, dann kann ich euch den SoFlo SO1 Pro nur ans Herz legen. Wie schon zu Beginn gesagt, wenn auch ihr an diesem Schmuckstück interessiert seid, dann guckt unten in die Videobeschreibung. Dort haben wir einen exklusiven Rabattcode. Und selbst wenn ihr an anderen Modellen interessiert seid und einfach mal abchecken wollt, was sonst so auf dem Markt ist. Bei uns von e-roller.com gibt es natürlich nicht nur den One Pro, sondern auch viele, viele weitere Modelle. Auch von SoFlo, aber auch von anderen Anbietern. Also mir kann keiner erzählen, dass ihr auf unserer Seite nicht den E-Scooter findet, der am besten zu ihm passt. Und wenn ihr eh schon dabei seid, schreibt gerne noch einen Kommentar, welche Modelle wir als nächstes testen sollen. Dann like dieses Video und abonniert uns, damit seid ihr auch automatisch bei unseren Gewinnspielen dabei. Also bei uns lohnt sich definitiv das volle Programm. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020